Hallo! Glaubt ihr an Alien? Ich schon. Glaubt ihr an Captain Kirk? Auch nicht. Aber ich schon. Und zwar heute Morgen, da habe ich eine Aufnahme gemacht. Ich habe gedacht, ich sehe Raumschiff Enterprise. Da war so wie so ein Lichtblitz und also ich habe gedacht, das wäre und was? Captain Kirk ruft mich an. Ja, was ist jetzt los? Was? Du brauchst mich auf deinem Raumschiff. Ja, aber jetzt doch nicht. Ich mache doch gerade eine Videoaufnahme. Das macht nichts. Ich soll dringend kommen. Captain Kirk, ich komme gleich. Hast du gehört? Ich bin gleich bei dir. Ich muss weg. Los. Ade. Tschau, Tschau. Ihr habt es doch gerade gesehen. Es war doch der Captain Kirk heute Morgen, wo ich den Lichtblitz gesehen habe. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Jetzt hat der mich wegen Kartoffelsupp angerufen. Ich soll ihm einen Kartoffelsupp machen. Auf dem Raumschiff Enterprise. Ich glaube, der ist der Spend, der Kerle. Also, dunterwetter. Ich habe jetzt aber die Schnauze voll. Zack zu ihr, fitz, normal. Voll.